Hallo und herzlich willkommen bei Spacehaven Alpha 17 der 46. Folge und wir haben letztens einen furchtbaren Sporenausbruch überlebt und wir haben, oh, Gefahr von Nerven zu haben, Squab, was ist los? Schmachte nach Kohlenhydraten, unerholsamer Schlaf, keine Unterhaltung, leichtes, okay, du machst jetzt erstmal 3 Stunden Pause, du warst in Isolation, du musst jetzt was essen, du brauchst ein bisschen, äh, und Lily hat, äh, keine Unterhaltung, leichtes Unterhaltung, ach, äh, am Verhungern, oh mein Gott, äh, du machst jetzt auch mal sowas von Pause, um, äh, dringend Nahrung zu dir zu nehmen, weil wir haben genug Nahrung, es gibt keinen Grund, warum du hungern musst, äh, macht euch mal was zu essen, oh, okay, Squab hatte einen Unfall in der Küche, es brennt ein bisschen, aber, äh, na, es brennt nicht, es ist nur am Rauchen, so, ihr holt euch jetzt was zu essen, sehr gut. Ah, so, Krise abgewendet, ähm, ja, was mir jetzt aber auch gezeigt hat, ist, wir müssen hier noch ein bisschen, also, hier hinten haben wir jetzt schon eine Tür eingezogen, äh, dieser Raum hier ist ein furchtbares Herumgeklöter, besonders hier, äh, besonders die Sachen hier vorne, hier im Komposter haben wir ein paar, Okay, haben wir ein paar Sachen, die irgendwie laufen, hier haben wir noch eine Forschungs, äh, Datenbank und diese ganzen Sachen stehen vor der Tür, ja, ja, genau, das heißt, dieser Komposter hier, ähm, dieser Komposter hier, ach, wobei, wir könnten hier eine Tür langziehen, ne? Ja, wir haben jetzt, äh, äh, ja, ja, genau, das machen wir, ich möchte hier nämlich ein bisschen Isolation reinkriegen, also, einmal so, 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 und so, so, und zwei Türen, Dann einmal da und einmal hier und dann haben wir hier Zeug, äh, dann haben wir hier quasi einen Raum gebaut, äh, und das hier steht halt auf dem Flur, das heißt, wir können hier auch dicht machen, wenn wir irgendwie ein Feuer haben, dass wir so, ähm, Bereiche abschotten können, äh, speaking of abschotten, hier wäre auch noch eine Wand, das heißt, hier könnten wir auch noch theoretisch Eine Tür machen, also hier ist noch ein Stück Wand, hier könnten wir noch eine Tür machen, äh, nicht eine Tür, sondern Wand, Wand und Tür und dann haben wir hier auch so ein bisschen eine Abtrennung, ich weiß noch nicht, was ich hier genau mit mache, ähm, hier haben wir halt die Schildkonsole, hier wird wahrscheinlich die Waffenkonsole neben stehen Und dann vielleicht noch eine Kryostase-Kammer oder irgendwie sowas, ja, aber hier, äh, bewegen wir auch schon Sachen zur Seite, äh, ja, und das hier hinten, das muss auch nochmal irgendwie besser, äh, das kriegen wir aber bestimmt hin Ähm, hier sind Kryostase-Kammer, da hätte ich auch die Punktverteidigung eher noch ein bisschen weiter draußen, genauso, dass wir hier eine hätten, irgendwie, ähm, brauchen wir aber nicht zwangsläufig Nicht zwangsläufig, wir könnten vorne, wir könnten diesen Knoten ein bisschen weiter nach außen setzen und hier noch eine hinsetzen, dass wir im vorderen Schiffsteil zwei Punktverteidigung haben Oder eher noch ein Schild Irgendwie sowas Ja, ähm, genau, wo sind wir hier? Hier haben wir, äh, noch Schiffe, die auseinandergebaut werden müssen und das hier habe ich, glaube ich, abgeschaltet Genau, Transfer haben wir da nichts mehr, aber wir können hier noch ein bisschen Schrott anklicken und machen mal ein bisschen schneller Klar, ich glaube, handelgetrieben haben wir mit allen, soweit das dann ging Das Schiff hier ist immer noch, ne, das ist nicht das beeindruckendste, es gab auch eins von der Militärallianz, was sechs Felder groß war, das war fett So ein Sechsfeldschiff wäre schon nicht schlecht, aber die können wir, glaube ich, nicht so einfach selber bauen, leider Ja, hier nehmen wir Dinge auseinander, da nehmen wir Dinge auseinander und ich habe hier Platz geschaffen für ein drittes Shuttle Nidl, 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 Druckschleuse, Shuttlehangar, ja Ja, super Flupp, dich Und hier hätten wir dann sogar noch Zeug zum, äh, dran machen, so, wir machen jetzt mal Einrichtung hier Ähm, und Setzen mal hier ein Leuchtlein hin Hier ein Leuchtlein Hier ein Leuchtlein Und dann haben wir hier auch ein bisschen mehr Licht gemacht Hier vorne drittes, äh, drittes Shuttle Äh, viertes Shuttle Okay Das hier weg Ähm, ich weiß noch nicht, was wir hier vorne machen, wir haben schon drittes Shuttle gemacht Äh, so Einmal hier ein drittes Shuttle kaufen Äh, ein drittes Shuttle bauen Okay, zwei Schiffe, drei Schiffe haben den Sektor verlassen Äh, ein viertes, ja, ein viertes Shuttle wird wahrscheinlich irgendwann auch, äh, äh, sinnvoll sein Aber jetzt haben wir erstmal drei Shuttle und damit kommen wir sehr, sehr gut klar, glaube ich Ich brauche hier nicht zwangsläufig noch ein viertes Shuttle Dafür sind wir doch ein paar wenige Nur 15 Leute, das, äh, muss glaube ich nicht sein Genau Ähm, ja, einmal volle Möhre Hier, das Schiff sieht jetzt schon ganz gut aus Wir müssen noch ein paar Sachen auseinander bauen Hier ist aber schon viel von dem Höhlenschrott weg Und wir gucken mal ins Inventar Was haben wir da so an Schrott? Oh Mann, wir sind runter auf 5, ne, 65 Höhlenschrott Das ist, äh, gut Unsere Industrie läuft dementsprechend Kann man sagen Energie sieht auch okay aus Oh Finde ich sehr gut Finde ich sehr, sehr gut Äh, am Reserve-Strom Schifffahrtssektor verlassen Okay, die Schiffe haben uns jetzt auch verlassen Ähm, wegen den Reserve-Strom-Sachen Es wäre wahrscheinlich irgendwann an der Zeit Dass wir einfach einen zweiten hiervon bauen Weil, wenn wir dann auch Waffen betreiben Dann brauchen wir einen zweiten Stromgenerator Und der zweite Stromgenerator, der könnte gut hier hinten stehen Und den hier, den wir angehalten haben Hm, ja, will ich den noch behalten Was brauchen wir denn eigentlich für Äh, Strom für den hier Sechs Infrastruktur-Blöcke Sechs Tech-Blöcke Drei Energie-Blöcke Hätten wir Könnten wir einfach so bauen Sonnenkollektor Sonnenkollektor macht uns fünf Strom Nur fünf Strom Mein Gott Und der macht uns 300 Und eine Stromleitung Okay, damit können wir Strom irgendwo hinlegen Wenn wir nicht einen Knoten irgendwo hin tun wollen Was brauchen wir dafür? Da brauchen wir nur zehn Baukosten Wie sieht die denn aus? Äh, der kann nur in der Wand gebaut werden Ah, Asteroiden-Bodenstation Alles klar Okay Hatte ich mich vorher noch nicht mit beschäftigt Dann würde ich sagen Hm Wir gucken mal Passt der hier? Ne, der passt ja auch gar nicht hin Der würde hier hinpassen So Quasi back to back Nicht ganz back to back Gegen den Um einen versetzt Würde der da noch hinpassen Will ich das machen? Will ich das machen? Oh, Kryostase- Ich will das nicht machen Kryostase-Tank 2 erforscht Wie wundervoll Ähm Wir brauchen jetzt alle Blöcke Weil wir wollen die hier auseinander bauen Das ist, äh, demontieren Demontieren und demontieren Und auch diese hier Demontieren und demontieren Die nehmen wir erstmal auseinander Was brauchen wir für, ähm, Anlage? Kryostase-Tank 2 Da brauchen wir keinen Weichblock mehr Nur noch einen Tech-Block Einen Infrastruktur-Block Und einen Energie-Block Und die sind nur Ja, sind im Prinzip nur zwei Felder groß Im Vergleich zu den Vieren Die wir hier hinten haben Das heißt, wir sparen Unglaublich viel Platz Für die Unterbringung unserer Leute Jetzt bauen wir die hier Natürlich auseinander Und, äh, kriegen Jede Menge Schrott Nur dadurch zurück Und wir brauchen sehr, sehr viel Äh, zusätzliche Blöcke Das heißt, wir machen jetzt mal Energie-Block Machen wir mal Fünf Zehn Energie-Blöcke Und machen wir mal Zehn Tech-Blöcke Und dann gucken wir mal Wo wir ressourcentechnisch landen Äh, hier kriegen wir zurück Halt-Tech-Schrott und Infraschrott Und Energie-Schrott Und, äh, ja Daraus werden nur bedingt Wieder Blöcke Eins zu eins Aber wir müssen anfangen Die Dinger hier auseinander zu bauen Es hilft alles nix Weil ich möchte gerne Den Platz reclaimen Früher Er früher als später Und da haben wir Kriecher Datenblatt erforscht Gesundheit 30 Kriecher bis 1 bis 6 Diese vierweinige Lebensform Ist gut an das Leben Im Weltraum angepasst Und kann unbegrenzt In einem Hochvakuum Sie unter Druck Äh, zu überleben Auch wenn es sich Nur langsam fortbewegt Wenn es nah genug herankommt Greift es mit einem Bis an der Potenzial Eine blutende Wunde verursacht Kriecher versuchen Ihre Beute Kampfunfähig zu machen Damit ihre Gegenstücke Die Schlepper Ihre Opfer einsammeln Und einspinnen können Ja, äh, nicht schön So, ähm Da machen wir auch nochmal Demontieren Jetzt gehen wir mal In die Wissenschaft rein Kriecher haben wir Schlepper Fehlen uns noch 2 Leichen Dann sind wir gerade Bei Bergungsroboterstation Am Erforschen Energiegeschützturm Raketengeschützturm Zielsystem Störsender Und dann sind wir glaube ich Komplett durch Ah, chirurgische Verbesserung Und dann machen wir mal Äh Die nächsten Die nächste Forschung dazu Die ganzen Verbesserungen Äh, reihen wir mal ein Und dann wird es wahrscheinlich Darauf hinauslaufen Dass wir irgendwo Ein besseres Krankenhaus einrichten Vielleicht hier vorne Dass wir hier vorne Das Krankenhaus ein bisschen Expandieren Also, äh Hier haben wir schon Isolationsstationen Dass wir das hier in der Ecke Auch nochmal machen Für Leute Die behandelt werden müssen Und da dann auch Die Verbesserungsstation Hinsetzen Oder, ne Es macht glaube ich Sinn Dass wir die Kryostase Tanks Hier außen in die Ecke machen Weil da müssen wir Am wenigsten hin Ähm Ja Ich markiere die hier alle Jetzt mal Als Demontieren 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 Und Demontieren Okay Und Wir sind Durch Mit dem Abbau Der Oh, wir sind Komplett durch Mit dem Abbau Ach Und wir sind Wir wurden von diesen Wracks abgelenkt Ach ne, wir sind schon Im neuen Sektor Alles gut Wir sind schon Im neuen Sektor Ähm Alles in Ordnung Und da oben Wartet das nächste Auf uns Das heißt, wir brauchen Sobald erstmal Keine Kryostase Kammern Das heißt, wir können Jetzt erstmal Hier mit Abbau Beschäftigt sein Und Jetzt die Motoren starten Und Blöcke Produzieren Und hast du nicht gesehen Und in den nächsten Äh Das Subsystem erforschen So Da oben hin Subsystem erforschen Was haben wir hier? Okay, hier haben wir Kein Schild Und Wracks Da haben wir dasselbe Wracks und kein Schild Hier haben wir Wasser Hier oben Und dann ist es das Auch Energium Wasser Und Metall Und da sind Sklavenhändler Na super Und überall stehen hier Wracks Wo wir keine Schilder haben Ja, dann bauen wir doch mal Fix hier Ähm Die ganzen Ressourcen Die wir haben Ab Ah, Feindbots nähern sich Okay Dann würde ich mal sagen Wir markieren hier noch Nichts zum Abbau Sondern Wir lassen mal Zeit vergehen Besetzen unsere Stationen Schicken hoffentlich Gleich mal den Jäger raus Äh, wenn die Feindbots ankommen Und äh, ja Da müsste Oh, und ich sehe Haben wir da Feindbots nähern sich Okay Und hier ist ein Stück Wand Das noch fehlt Das bewegen wir mal Nach hier hin So Hier ist Platz Für noch einen Abfangjäger Den könnten wir hier Hinsetzen Dann haben wir hier Dreimal drei Kapseln Äh, weiß ich noch nicht Ob ich das machen möchte Aber, äh Ja Gut, wir machen jetzt mal ein bisschen Vor Und hallo Ach ne, das ist Ich dachte, das wäre ein Wachroboter Sind es aber nicht Und wir haben einen Scanner erforscht Wir könnten Einen Scanner bauen Damit wir mal hier Mehr Informationen Darüber bekommen Und halt auch Mehr Durchblick haben Durch alles mögliche Genau, und jetzt sind Feindbots im System angekommen Gucken wir mal Wie viele sind es Das sind Sechs Stück Heidewitzka Und da dockt unser Jäger wieder an Das ist eine sehr, sehr gute Sache Dass wir gegen sechs Nicht direkt rausgehen Unsere drei Punktverteidigung Gegen sechs Ist halt schon Abgefahren Einen haben wir schon abgeballert Und ein Und ein Vorbeiflug von denen Und was ist passiert Fast unser kompletter Schild ist weg So, und jetzt bitte Einen haben wir zerstört Und sie sind durch unser Schild durch Und sie ziehen uns Okay, und jetzt haben wir Okay, puh Jetzt haben wir Drei Ne, vier schon zerstört Aber sie schießen weiter auf uns Unsere Punktverteidigung Hinstellen Also System Kleiner Schildgenerator Großer Schildgenerator Kleiner Schildgenerator Hier vorne hin Und dann könnten wir da vorne sogar noch ein Geschütz hinsetzen Aber auf jeden Fall möchte ich noch ein bisschen mehr Schild haben Und irgendwo will ich demnächst jetzt auch noch ein großes Schild hinsetzen Aber damit fühle ich mich auf jeden Fall besser Wenn wir da noch sowas hinsetzen Hier vorne haben wir ein Temperaturproblem So wie es aussieht Ja, diesen Bereich kriegen wir nicht komplett geheizt Aber das ist auch okay Da weiß ich auch noch nicht, was ich mit diesem Raum anstelle Ich wollte hier In die Ecke gehen, um dort Kryostase-Kammern aufzubauen Hier wird gerade fleißig noch auseinander gebaut Wir können mal wieder schneller machen Und es müssen Blöcke hergestellt werden Die ich in Auftrag gegeben habe Das passiert jetzt auch Gut Damit wir hier oben in der Ecke Neue Kryostase-Kammern bauen Die wir jetzt gerade zurückbauen Wo wir nur Schrott rausbekommen Und nicht die Blöcke, die wir reingesteckt haben Aber so ist das Einfach hier oben jetzt platzsparend Kryostase-Kammern Also Kryostase-Tanks hinzubauen Finde ich mega gut Das wird richtig viel bringen So, da oben sind wir in der Ecke durch Oder was heißt richtig viel bringen Das wird uns einfach sehr viel Platz sparen Also Kryostase-Tank Hier hinten Hier will ich die so vor das Fenster stellen Ne, ich will die so anordnen So, so und so, so Jetzt haben wir hier acht Stück Wo vorher drei standen Wo vorher drei Kryostase-Tanks standen Haben wir jetzt acht Auf demselben Fußabdruck Das heißt, sie sind deutlich kleiner Also nicht von vier auf zwei Sondern das ist noch effizienter Ja, genau Also das gefällt mir Hier schön am Fenster Das ist doch eine super Sache Wir bauen jetzt erstmal acht Stück Und das hier will ich auch demonstrieren So, und da müssen wir auch einiges an Logistik machen Ja, wir sind am Reserve-Strom Genau, ich habe darüber gesprochen Hier unten könnte noch ein Stromerzeuger hin Wir könnten den hier reaktivieren Damit der noch ein bisschen mehr Strom produziert Damit wir hier die ganze Zeit Zeug machen können Wir haben auch ein bisschen Energium Hier jetzt rausgeholt Aber, oh, wir sind fertig Wir sind fast fertig mit dem Abbau aller Erze Das ist super Das ging jetzt schnell Modernisierung da oben mit Kryostase-Tanks Ist wirklich cool Ja, und dann können wir hier vorne am Fenster Die entlang ziehen Lassen Auch so in Zweierreihen Und dann haben wir hier noch jede Menge Platz Da könnte auch noch ein Schild hin Tatsächlich Ein richtiges Gucken wir mal Okay, wir haben keine Energieblöcke mehr Aber wir produzieren hier unten jetzt auch noch mehr zusätzliche Blöcke Gut, gut Da oben sind auch die ersten Tanks gebaut Wie schön Wie schön Okay, und wir sind durch Wir zünden die Triebwerke Und erkunden weiter dieses System Oder was heißt erkunden Wir haben es quasi schon erkundet Es gibt hier nicht wirklich viel für uns Hier unten wäre noch ein bisschen Wasser Was wir abbauen können Wie viel Wasser haben wir Wir haben 46 Wasser Diese ganzen Wracks Wo wir keine Schilder haben Da möchte ich eigentlich nicht hin Mich dieser Sache nicht aussetzen Ähm Ja, dann sammeln wir hier schnell noch die Rohstoffe ein Das Wasser kann nicht schaden Und da kommen jetzt gleich Äh Cult from New Haven reingesprungen Ja, das Wasser und die Erze sammeln wir ein Cult from New Haven kommt reingesprungen Mit denen können wir kurz Handel treiben Und dann geht es auch schon weiter Wie sieht es hier oben aus Okay, wir sind immer noch bei null Energieblöcken Bergungsroboterstation ist abgeschlossen Was kostet uns eine Bergungsroboterstation? Die kann halt helfen beim Abbau von Oh, zwei Techblöcke, zwei Energieblöcke, zwei Infrastrukturblöcke Die hilft halt, wenn wir ein Schiff auseinander bauen Also die ist Äh Oh Und die ist auch Kleiner geworden Die hat sich auch geändert Die sah sonst Größer aus Also der Fußabdruck in Alpha 16 war definitiv größer Okay Und da sind die anderen reingesprungen gekommen Jetzt gucken wir mal Diese Palmen-Designs Finde ich ganz lustig Missionen Keine Mission verfügbar Aber Handel doch bestimmt Äh Oh Guter Preis für Biomasse Wir haben viel Biomasse Wir verkaufen dir Biomasse Und du könntest uns Brauchen wir Edelmetall Ich kaufe mal Vier Ja Und dann hier Handel Auch ein guter Preis für Biomasse Du hast Nichts was ich haben will Äh Will ich vielleicht Energium kaufen Ich mache jetzt bei jedem Einfach mal Wenn ich Äh Furchtbar viel Biomasse Zum guten Preis verkaufe Nehme ich noch ein Energium dazu Das heißt ich kriege ein bisschen Credits Und ein Energium Jawohl Und jetzt sind wir Schon runter Was Äh Was Äh Den guten Preis Was von Biomasse angeht Aber wir machen damit weiter Ja Okay Und jetzt verticken wir Hier noch einmal Biomasse Und nehmen hier noch einmal Energium Und legen ein bisschen Kohle Damit bei Und dann ist das gut Dann füllen wir ein klein wenig Unsere Energium Vorräte auf Das ist jetzt gar nicht mehr So viel Aber okay Wir verbrauchen jetzt gerade Sehr sehr viel Energiestäbe Und sehr sehr viel Energiezellen Wofür wir Energium brauchen Um hier Kryostase Kammern Zu laden Und auch um Energieblöcke herzustellen Okay Hier oben machen wir weiter Mit Kryostase Kammern Ich würde hier gerne noch ein Fenster hinsetzen Fällt mir auf Und Dreier Höhlenfenster Jawohl Und dann Anlagen Kryostase Zack 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 Das sind 8 Jetzt habe ich nochmal 8 Dann sind wir bei 16 Und Ja Und hier passen tatsächlich nochmal Dass wir auf 20 kommen Hier oben in den In die kleine Ecke Passen die ganzen Kryostase Kammern Die ich gerne hätte rein Wir müssen dafür nur Unsere Advanced Blocks Weiter herstellen Okay Wir machen mal schneller Und Bauen mal hier Zeug auseinander Ja Wir sind am Reserve Strom Das muss nicht sein Wir machen mal Ich Starte mal wieder Den Den Generator Dass wir ein bisschen mehr Strom haben Für den Betrieb Unserer kompletten Industrie Das Wäre vielleicht ganz gut Und ich sehe schon Na okay Die Roboter Die 5 Logistik Roboter Die wir haben Haben gut zu tun Wir könnten noch Weitere Roboter Aber Es geht Also Die Roboter machen eigentlich Jetzt gerade einen guten Job Wir haben gerade nicht die Blöcke Dass wir noch mehr Roboter Zuweisen können Würde ich jetzt einfach mal sagen So Und hier haben wir Nichts was wir reinstecken können Also machen wir mal von Hand Ein bisschen Biomasse Den wir in den Komposter reinstecken Und jetzt werden hier Die Sachen beliefert Mit Zeug Wie sieht es mit unserem Chemie Rohstoff aus 40 Das ist immer noch sehr sehr gut Das ist immer noch sehr sehr gut Ja bis da unsere Ähm Äh Unsere Kryostase kann man Komplett ausgebaut sind Wird es eine Weile dauern Aber dann haben wir Wirklich Platz gespart Und tatsächlich hier vorne Hätten wir noch Äh Raum für Äh Für die Äh Medizinischen Verbesserungen Oder sowas Weil die Krankenstationen Sind hier ganz in der Nähe Das heißt das könnten wir Oben hin machen Weil da müssen wir auch Nicht so oft hin Das heißt es ist nicht schlimm Wenn es in der Peripherie liegt Äh Ja Das fände ich glaube ich ganz gut Und dann könnten wir hier Vielleicht den Krankenhausbereich Zumachen Wobei der eigentlich auch Ganz gut gelegen ist Äh Also so ein bisschen Dezentraler Dass wir hier auch nochmal Zwei andere unterbringen können Ja ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Äh Wir haben Wir haben alles abgebaut Und Handel ist abgeschlossen Super Dann würde ich doch mal sagen Starten wir die Motoren Und verlassen diesen Subsektor Und wir sind im Prinzip Hier schon durch Also Hier gibt es nichts mehr Ich möchte diese Sachen hier Äh Ach shit Da sind die Sklavenhändler wieder Äh Wir fliegen mal ein bisschen Im Kreis Und da sind die Sklavenhändler weg Wunderbar Ich möchte hier Diese Sachen wo Schiffswracks sind Ohne Schilde Habe ich keinen Bock drauf Weil Ähm Ohne Schilde Das wäre früher gegangen Aber jetzt haben wir auch Immer noch mit Ähm Haben wir immer noch mit Äh Den Asteroiden zu kämpfen Und so weiter und so fort Wir haben noch vier Sprünge Dann Ach nee Hier unten ist auch Ohne Schild Äh Ja ich habe im Prinzip Alle Wracks auseinander gebaut Hier wäre noch Äh Chemierohstoff Aber wir haben noch ordentlich Chemierohstoff Dann nehmen wir mal hier Das äh Wasser und die Erze mit Und dann sind wir hier fertig Und springen in den Alien Sektor So Einmal hier alles abbauen Und ähm Seht zu Dass ihr hier die Industrie Laufen lasst Und moderne Blöcke Produziert Dass wir hier oben Äh Dass wir hier oben Kryostase kann man bauen Jawohl Und da sind schon die nächsten gebaut Ja und deswegen haben wir die ganze Zeit Null Blöcke Weil Jeder Block Der hier raus Äh Kommt und produziert wird Äh Landet da oben Und deswegen Sind wir jetzt auch gerade mit Energium So gewaltig eingebrochen Aber wir haben einiges an Schrott Akkumuliert Der muss auch mal Ähm Verarbeitet werden Vor allem weil wir hier oben Die Kryostase Äh Ähm Liegen Auseinander gebaut haben Und jetzt haben wir die Wie heißen die Kryostase Tank Nicht Kammern Genau Kryostase Tank Äh Ja Cool Dass da oben potenziell In diese Ecke Bis zu 20 Äh Kryostase Tanks reinpassen Finde ich mega gut Und Da würde ich jetzt mal sagen Wir bewegen mal Äh Hallo Bewegen So Bewegen Ja ich hab gesehen Dass es brannte Ähm Weiß nicht was es damit auf sich hatte Genau Die beiden Bodenlichter Können wir dahin bewegen Ansonsten haben wir hier Äh Ganz wundervoll Äh Fenster nach außen Und hier Äh Ja eine Raumanzugstür Wir könnten hier Theoretisch überall Türen Davor machen Äh Müssen wir aber nicht Aber ich möchte hier den Den Fußabdruck Ein klein bisschen Reduzieren Und was wir hier machen Könnten wäre Wir könnten hier Türen hinsetzen Dass wir hier also Quasi sowas wie Gänge haben Oder hier könnte Eine Doppeltür hin Tatsächlich Ähm Weiß ich nicht Wie sinnvoll das ist Dann haben wir hier In der Ja 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 genau Ich mach mal hier Ein bisschen die Wände Weiter Dass das alles ein bisschen Schicker wird So Hier Und halt Auch in Verschiedene Kompartimente Unterteilt Also Dass wir hier Wenn es irgendwo brennt Türen zumachen können Und gut ist Ähm Genau Dasselbe hier Zum Flur Machen wir hier Eine Tür hin Und dann Einrichtung Machen wir hier Ein Bodenlicht hin Und dann ist das gut Ähm Brauchen wir da Ein Bodenlicht Ja ja Bodenlicht ist okay Dann wird das da Beleuchtet Ansonsten haben wir hier Jede Menge Fenster Und dann können wir hier Tatsächlich irgendwie Sowas wie Geschütze Oder Schilde Hinsetzen Oder sowas Könnten wir Tatsächlich machen Ja Standard Wie ich denn Gessourcen Oh wir haben Wenig Wasser Ah vier Ja es muss Wasser Aufbereitet werden Wir haben 57 Ja es muss einfach nur Diese Arbeit muss getan werden So und jetzt sind wir hier mit Abbauen fertig Jetzt fehlen noch zwei Kryostase Tanks Und dann Können wir die Kryostase Tanks Besteigen Ne drei fehlen noch Genau Super Ähm Zwei Kryostase Tanks Uns fehlen noch zwei Energieblöcke Die sind aber quasi In der Mache Würde ich sagen Und wenn wir die haben Dann können wir Weiterspringen Und das wird dann Wahrscheinlich hier Von dieser Ecke Sein ins Alien System Ordentlich Aliens abmetzeln Und wahrscheinlich Mit der ein oder anderen Äh Mit der ein oder anderen Sporeninfektion Klarkommen müssen Aber Das ist okay Würde ich sagen Das ist Okay Ja wir haben ein paar Abtrennungen geschaffen Hier zwischendrin Das gefällt mir jetzt Immer besser Ähm Jedes Mal sieht doch Das Schiff irgendwie anders aus Und die Tanks sind einfach cool So komm Nur noch ein bisschen Hier Nur noch ein bisschen Äh Blöcke bauen Wir können mal gerade hier Bei Verrüstung gehen Fertigung Äh Squab Ah ne Squab Macht da was Lilly Komm mal hier rein Und mach mal Fertigung Das müsste ein Energieblock sein Schätze ich jetzt einfach mal Ja Da wird gefertigt Da müssen Infrastrukturblöcke rein Und Wir haben wieder Fertigung Und da machen wir Ah ne Squab Sitzt schon da Äh Squab Steht schon davor Und macht Fertigung Sehr gut Und da oben ist der Jawohl Da ist der letzte Tank Fertig Wir sind 15 Leute Wir haben 15 Tanks Ich baue den 16 Da noch fertig Aber den brauchen wir jetzt nicht Also wir zünden die Motoren Und springen in den Alien Sektor Huiuiuiui Wir springen in den Alien Sektor Und wir haben Energie Geschützturm abgeschlossen Meine Fresse Kein Moment zu früh Alien Sektor Da werden wir jetzt Äh Hoffentlich einfach nur Zeit verbringen Um Was ist hier los Warum kann ich nicht springen Jetzt kann ich springen So und ich möchte Nach da Genau Ich möchte nach da Das heißt Ich muss hier lang Hier lang Hier lang Und wir steigen in Kryostase Kammern Eine Kammer haben wir sogar frei Dann springen wir mal Ach schön Und da haben wir direkt Androiden Kollektiv Mit denen wir Handel treiben können Wir sind im Alien Sektor angekommen Ihr zahlt Einen guten Preis Für Biomasse Dann nehmen wir das doch direkt mal Und nehmen auch direkt Ein Energium mit Ich kann mir das immer gut vorstellen Wenn die guten Preis zahlen Für Biomasse Dann direkt immer ein Energium mitnehmen Zack Und Ihr nehmt auch bestimmt Oh ja Ihr zahlt auch einen guten Preis Für Gewebe Und da machen wir Dasselbe Gewebe Und dann bleibt Bei jedem Handel Auch noch ein bisschen Geld bei uns liegen Und Wir Kriegen Ja Geld und Energium Das ist doch super So Jetzt sind wir hier angekommen Wir müssen uns jetzt Mal Ja Da Sind alle aus den Kryostase Tanks Ausgestiegen Wir sparen wirklich Sehr sehr viel Platz damit Super Und jetzt wird Handel getrieben Ja Aber Wir erkunden jetzt den Alien Sektor Und das wird Ein großer Spaß Aber wenn ich so auf die Uhr gucke Ja Da sind wir jetzt schon wieder bei Mehr als 30 Minuten folgen Aber das ist ja nicht so schlimm Glaube ich Ich bin immer noch im Urlaub Das heißt Ich habe Ich konnte auf die letzten Kommentare Der letzten Folgen nicht eingehen Aber ich würde mich trotzdem freuen Wenn ihr ein Like da lasst Würde mich freuen Wenn ihr den Kanal abonniert Und würde mich auch über Kommentare freuen Besonders wenn ihr Teil der Crew werden wollt Ich werde das alles sammeln Wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin Nehme ich alle Die kommentiert haben Ich möchte Teil der Crew werden Und dann Äh Haben wir eine große Liste Und losen Auswahl Wir haben ja viele Hier Elvin Lilly Light Ähm Miranda Ähm Ja genau Das sind alles Freie Plätze Die noch einen Namen Von euch ZuschauerInnen brauchen Ja Aber selbst wenn ihr das alles nicht tut Würde ich mich freuen Wenn wir uns In der nächsten Folge sehen Ähm Ja was wollt ihr haben Drei Höhlenschrott Drei Breitschrott Ja das könnt ihr haben Machen wir kurz noch einen Handel So Und jetzt wünsche ich euch allen Einen schönen Tag Tschüss Und jetzt wünsche ich euch allen